Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim. So, machen wir mal da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar, ich habe mir jetzt offscreen mal kurz ein bisschen Gedanken gemacht. Und bin zu mehreren Schlüssen gekommen. Das heißt, ich werde jetzt leider viel rumprobieren müssen mit der Arena. Aber mal gucken, ob wir es hinkriegen oder ob wir es nicht hinkriegen. So, und zwar, wir möchten ja jetzt quasi hier einmal dransetzen. Ich habe es ja hier drüben geregelt, indem ich dann halt auf einer anderen Seite runtergebaut habe. Und ja, das dann halt quasi verbunden habe. Jetzt will ich hier mal ein bisschen rumprobieren, ob ich das jetzt so hinkriege, wie ich das mir jetzt vorstelle. Weil wir brauchen ja hier quasi den Geraden. Ich kann den Geraden jetzt hier zwar ansetzen. Jetzt muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Ich kriege jetzt hier aber kein Bodenstück, so wie ich das jetzt hier habe, rein. Jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt das Ganze hier irgendwie ein bisschen anders verteile. So, und das mal mit Versuche mit Freischwebend. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt müssen wir hier vier Stück in die Richtung gehen. Dann wäre ich nämlich auf dem Boden. Und hätte dann auch, glaube ich, das Problem nicht mehr. So, und wenn ich den Boden habe, dann ist ja die andere Sache eigentlich relativ simpel. Ich kann das hier jetzt schon mal so weit abreißen. Ah, gut. Ins Portal wollte ich jetzt noch nicht rein. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt so klappt. Weil, wie gesagt, sonst werde ich diesen Unterschied nicht rauskriegen. So, und man sieht schon, es haut nicht hin. Es haut nicht hin, wenn ich das frei mache. Okay, das war schon mal Versuch Nummer 1. Versuch Nummer 1 hat nicht funktioniert. Weil ich möchte das gerne alles auf einer Ebene haben. Das soll ja nicht irgendwie aussehen, als wenn ich das da irgendwie hingezimmert habe. Und hier sieht man es ja eigentlich schon ganz gut. Gut. Das heißt, auch das hier. Das war schon ein bisschen zu früh. Und hat nicht so ganz geklappt. So, jetzt können wir das quasi eigentlich auch versuchen, einfach jetzt hier runter zu gehen. Geht das eigentlich noch? So. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich jetzt hier das irgendwie noch anständig mit dem Boden verbinde. Entweder ich ziehe jetzt den Boden rauf. Aber jetzt müssen wir ja so gucken, dass ich hier so halbwegs das hinkriege. So. Und jetzt mussten wir hier eigentlich nur... ...den hier. Und der wird grün. Warum wird er grün? Weil er nicht mehr mit dem Boden verbunden ist, ne? Ja. Das ist dann halt so ein Mühe, was fehlt. Ah, das ist natürlich auch doof. Jetzt probiere ich mal den hier. Ne, den hatten wir ja schon. Ich brauche ja den noch schieferen. So, aber der geht halt in den Boden rein. So, entweder ich hebe jetzt den ganzen Boden noch mal ein Stückchen an. Oder ich nehme ihn noch mal ein Stückchen runter. Das Problem ist, ich müsste ihn wohl wahrscheinlich dann noch mal runternehmen. Okay. Jetzt wird es auch noch Nacht hier. Gehen wir mal kurz nach Haus. Mal kurz schlafen gehen. Es ist halt ein bisschen problematisch, weil ich würde es schon gerne als Kreis aufbauen. Ich hätte jetzt keine Ahnung, ob ich das jetzt hinkriegen würde, wenn ich jetzt einfach mal so außenrum einfach einen Kreis zimmere. Bin noch zu nass. Jetzt. Weil das wird dann halt auch nicht so das wahre. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es wird nicht das, was ich denn unbedingt haben möchte, ne? So. Gut. Aber jetzt einmal wieder hin. Geht ja zum Glück fix. Mit dem Portal. Zack. Und rüber teleportiert. So, aber das ist immer noch nicht das, was ich gerne haben möchte. Jetzt können wir hier. Das hier nochmal weg machen. Das half mir jetzt überhaupt nicht. Also genug zum Kämpfen hätten wir ja sowieso. Und mein nächstes Problem ist, ich hoffe mal, dass der nachher die Ausweitung nach da hinten auch ausreicht. Ich könnte das ganze Ding jetzt hier natürlich nochmal ein bisschen höher stellen, was ich jetzt hierhin gezimmert habe. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber auch nicht so richtig, ne? Also sprich, dass ich den Erdboden hier nochmal ein klein wenig erhöhe. Aber das bringt mir ja auch nicht viel. So, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke. Das heißt, ich müsste ja gucken, dass ich das hier irgendwie... Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir das designtechnisch vielleicht umrüsten können. Wir können ja die Dinger hier in den Boden pflanzen. Dann würden die die Stabilität nach oben geben. Dann müsste ich das hier halt halbwegs freiliegend machen. Und müsste dann den Boden halt so... Mal gucken, ob das jetzt hinhaut. So. Da wäre es jetzt rot. Na gut, jetzt muss ich von dem hier gehen, damit ich das überhaupt rüberziehen kann. So. Na, dann ist er grün. Dann hier einmal mittig drüber. Dass ich das dann einfach jetzt so regle. Na, mal gucken. So, jetzt bräuchten wir hier natürlich auch wieder einen Pfosten, der nach unten zeigt. So. Der unten auch schön eingearbeitet ist. Dann nehmen wir den hier an der Seite. Und... Mal gucken, dass wir hier... Den richtigen kriegen. Von hier aus vielleicht einfacher. Nicht so ganz. Nicht so ganz. Gut, dann wechseln wir mal die Dinger hier. Der müsste es sein. Der war es auch. So, jetzt... Jetzt... Einmal so. Einmal so. Okay. Und ich hätte hier halt immer noch... Das Ding hier. Was ich mir dann hier halt nochmal reinzimmern könnte. Sieht okay aus. Sieht okay aus. Das würde es dann jetzt einfach so regeln. Dann habe ich halt hier in der Mitte so ein paar Balken. Aber das ist ja nicht so wild. Jetzt müsste er hier... Jetzt müsste er hier... Fehlt auch was. Das hat mir noch nicht zusammengebrochen ist hier. So. Das hier muss nochmal weg. Das muss nochmal weg. Das muss nochmal weg. Und ich glaube hier fehlt ein bisschen zu viel. Hier scheint schon was weggebrochen zu sein. Gut. Ich muss nochmal nachzählen. Das heißt wir haben hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sollen wir bei 6. 1, 2, 3. Ja gut. Der müsste stabilisiert werden. Sollen wir auch schon bei 9. Machen wir mal kurz so. Das reicht ja schon. Bin ich ja nachher sowieso wieder abgerissen. Dann haben wir schon 12. Und dann 1, 2, 3. Ja. Sollen wir bei 15. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ihr haut das ja mal gar nicht hin. So. 1, 2, 3. Dann geht er runter. 1, 2, 3. Dann sollte er runter gehen. Warum der da ist, weiß ich nicht. Irgendwie. So. Sind wir bei 6. 1, 2, 3. Und dann müsste der runter gehen. Dann bricht mir vorne schon mal alles ab. Da sind wir jetzt nicht so wild. So. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir mal den kleinen. Sonst kriegt ich den da nicht so richtig rein. Gut. Ist er grün? Ist grün. So. Jetzt habe ich mich verzählt. Passt auch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sind wir bei 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sind wir bei 12. So. Und jetzt kommen nochmal 3 dran. Und hier fehlt noch einer. So. Sind auch 3 nachher. So. Das heißt wir hätten jetzt 13, 14 und 15. Jetzt passt er. Jetzt ist er auch richtig. So. Und jetzt muss ich den jetzt nur wieder nach unten setzen. Ach Mensch. Er will nicht so wie ich das will. Moment. Machen wir mal. So. Jetzt ist er auch im Boden verankert. So. Und jetzt brauchen wir hier einmal 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3. Einmal rüber hier. Okay. Und 4. Gut. Damit er denn nochmal Stabilität hat. Müssen wir jetzt hier einmal wenigstens den Unterbau ansetzen. Könnte was zu essen vertragen. Ja. Das wäre ja wirklich nicht so schlecht. So. Zack. 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 Das hilft mir nicht. Okay. So könnten wir das doch schon mal aufbauen. Oder? Das heißt, wir haben dann eine 8er und 8er Größe. Das dürfte doch eigentlich hinhauen. Hier wirklich richtig gemacht. Ich hoffe mal. Ich zähle nochmal nach. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja gut. Den habe ich hier nur zur Stabilisierung dahingestellt. Wo wahrscheinlich... Hier passt auch. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja okay. Sollen auch 15. Okay passt. Dann bauen wir uns jetzt langsam unseren Stahl-Koloss-Käfig. So. Jetzt muss ich mich hier aber auf die Seite wieder stellen. Weil wir müssen hier... Den Boden noch eine ebnen. So. Wenn jetzt ein bisschen was vom Gerüst abreißt, ist das nicht so schlimm. Hauptsache ich kriege das nachher wieder schön rein hier. Das ist hier die Hauptsache. Hm. Da liegt noch ordentlich was. So. Jetzt auch nicht zu viel machen. Halt. Falsch. Wir hier nochmal das Holz rausholen. Weil jetzt müssen wir gucken, dass wir das jetzt hier einmal quer durch das Gehege... Mal durchziehen. Naja. Das springen geht auf jeden Fall hoch. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Natürlich siehst du mich jetzt. Ja. Ich sehe den Dude nicht so. Den ich da eigentlich brauche. Wieso sind hier eigentlich nur zwei in dem Käfig? Keine Ahnung. Den kann ich ja eigentlich mal rausnehmen. Eins. Muss ich den aber wieder reinstellen. Okay. Hat aufgehört zu schießen. Mann. Du bist ja... doof. Doof. Aber solange es nur du bist, ist alles okay. Kann mir ja wurscht sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht getroffen werde. Jetzt baue ich dir eine Grube da, mein Freund. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beruhigen. Hast du mir jetzt was kaputt gemacht? Ich komme ja selber hier nicht mal rein. Ganz klasse gemacht, Turtle. Oh, der steht so blöd daneben. Okay. Oh, der Spawner spawnt hier auch gerade nichts. Irgendwas stimmt mit dem Spawner gerade nicht. Egal. Ich baue hier die Tür wieder ein. Bezüglich baue ich die Tür mal aus. Na komm, komm. Schnell. Bevor da irgendwas nachkommt. Na komm, das kann ich ja eigentlich aufweg machen. Damit ich hier ein bisschen was sehe. Bis jetzt sind sie ja ruhig. Das war ja jetzt nur für den Anfang die Tür. Und jetzt habe ich ja auch Lebenstränke mit bei. So, wir haben jetzt hier 1, 2. Äh, und da haben wir nochmal 3. Warum spawnt er nicht? Bestimmt jetzt. Entweder weil jetzt Tag ist, was die Spawner aber eigentlich nicht so berührt. Oder hier rennen irgendwo noch welche rum. Die nicht durch Spawn sind und, äh, keine Ahnung. Wollen wir hoffen, dass der wieder anspringt. So, 1, 2. Und 3. Das heißt, da vorne kommt der nächste raus. Dann hätten wir schon mal 6. Ne. Moment. Wollen wir hier schon richtig machen. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Gut. Und der, der rauskommt, gehört noch nicht dazu. 1, 2, 3. Das heißt, hier kommt meine Erinnerungsstütze hin. Das heißt, bis hier drinnen haben wir 6. Haben wir 9. Dann kommen nochmal 3 hinzu. Da haben wir dann nochmal 3 mehr. Haben wir 12. Und jetzt brauche ich noch einmal. 1, 2 und 3. Achso, weil der eine fliegt. Na gut. Nicht das Problem. Ist es doch, weil den kriegt er gerade nicht rein. So. Das heißt, bis hierhin müsste das hin. So. Und hier muss es natürlich auch wieder runter. So. Gut. Das steht jetzt auch. Jetzt noch einmal zählen. Weil, wie gesagt, wenn ich mich nachher hier verbaut habe, ist es auch wieder blöd. Darf ich alles wieder abreißen. Habe ja auch keinen Bock drauf. So. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Okay. Und solange da drinnen Ruhe ist, ist es ja okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wunderbar. Das heißt, wir können da jetzt auch schon mal ansetzen. Und den nächsten machen. So. 1, 2, 3 und 4. So. Irgendwo höre ich hier noch ein. Ist bestimmt irgendwann mal im Wald gelaufen, wo ich hier so häufig gestorben bin. Oder, keine Ahnung, vielleicht im Sumpf oder irgendwo. Ich höre hier hinten irgendwo ein. Ich habe keine Ahnung. Ne, gut. Weil der hinten höre ich noch welche, ja. Aber schauen wir mal. So, jetzt komm. Jetzt gib mir die wichtige Einröste. Jetzt kommt noch der Boden rein. So. Jawohl. Das nächste Stück ist fertig. Gut. Jetzt müssen wir noch einmal komplett durch den ganzen Käfig durch. Und zwar hier. So. 1, 2 und 3. Gut. Durch den Käfig kann ich ja jetzt auch durchgehen. 1, 2 und 3. 3. Direkt auf den Spawner natürlich. Wunderbar. Kann ich denn trotzdem. Ich kann den Spawner auch so einbauen. Das klappt auch. Das war jetzt ganz schlecht. Aber weil gerade wo wahrscheinlich die Sonne ausgeht hier. Oder der Spawn gerade nur einfach ein bisschen schlecht. Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen. So, jetzt müssen wir erstmal abzählen. Wer haben wir jetzt schon? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Und 9. Das heißt, ich brauche nochmal weitere 6. Und dann haben wir es auch. Kriege ich den. Perfekt. Perfekt. Und noch einmal. Und einmal nach unten. So, jetzt muss ich das hier nochmal einmal so ein bisschen durchbegradigen bis darüber. Das dürften wir vielleicht noch in der Nacht schaffen. Mal kurz hier ein bisschen drüber geraden. Mal kurz hier. Gut. Lade auf, lade auf, lade auf. So. Ich hoffe, das ist nachher auch alles groß genug. Nicht, dass wir hier nachher noch ein bisschen mehr brauchen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Von der Größe. Nicht, dass ich das nachher zu klein mache. Und man da drinnen dann auch noch für sich nachher nicht mehr kämpfen kann. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Passt doch. Nur, dass mir die Aussage aufhielt. Das passt natürlich nicht. So, jetzt verbinden wir das Ganze hier nochmal. Und irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Habe ich mich jetzt verzählt? Na gut. Eins. Jetzt gucken wir nochmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt sind wir bei sechs. Ne, das ist auch der Richtige, ne? Hä? Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Drei, zehn, vierzehn. Mir fehlt ein ganzer. Wie soll ich denn hier jetzt... Okay, mir fehlt ein ganzer. Beruhigst du dich da drinnen wieder oder muss ich dich erstmal machen gehen? Ich glaube, der beruhigt sich nicht. Gut, machen wir anders. Es ist nur einer. Schnell wieder hinstellen. Als wenn nichts wäre. Gut, bei dem geht es ja eigentlich noch. Das hier muss nochmal komplett wieder ab. Hier müssen wir eigentlich jetzt so runter gehen. So. Was ist gerade so duster hier? Zwei, drei. Na, von der anderen Seite. Vier. Gut. Nein, jetzt fehlt mir sogar doch das Holz. Na, jetzt geht es hier aber los, ja. Aber für sich kann ich mir ja hier schon mal ein bisschen was freiräumen. Ich weiß ja, dass das hier jetzt richtig ist. Ich weiß ja, dass das hier noch mal angestöpselt. Ne? Weiß, dass du willst. Komm. Gut. Sag ich doch, er will. Sag ich doch, er will. So, jetzt ganz schnell nach Hause. Holz holen. Reste verberten. Und dann mal wieder schlafen gehen. Ei, 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 ei. Aber na gut. Bauen ist halt manchmal ein bisschen kompliziert. Aber jetzt kriegen wir so langsam unseren Ring fertig. Machen wir hier aber an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein. Und bis denn. Und das geht ein bisschen. SERGEق-